Wir gehen rein. Die Kinder der Corona-Krise, die Folgen dieser schlimmen Jahre vor allem für unsere Kinder. Auch weil die Politik die nicht immer genügendem Blick hatte, die Kinder. Jetzt gibt es eine neue Schockstudie. Sollte man auch solidarisch sein für die jungen Leute in unserer Gesellschaft, weil die bilden natürlich die Zukunft. Und wie traurig ist das, dass immer mehr Jugendliche sich ihr eigenes Leben nehmen wollen. Gerade in diesem Alter ist doch das Leben schöner als alles andere. Dieser Lockdown, diese Schulschließungen haben offensichtlich unsere Kinder krank gemacht. Das ist ganz dramatisch, was wir hier jetzt schwarz auf weiß in so einer Studie sehen. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf meinen Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott. Bitte über ne Kontrolle. Ey genau Digga, ich hab ja vorhin über Kids geredet so. Und deswegen wollte ich mir noch hier ein Video reinziehen. Und zwar auch zum Thema Kids. Gerade in Germania. Ja, das ist halt, guck mal, das ist halt ein Thema. Ich hab mir da in letzter Zeit öfter drüber Gedanken gemacht. Ich hab das auch, ich krieg das auch mit, weißt du? Dass immer mehr Jugendliche, immer mehr heranwachsende und Kids. Und auch Leute in unserem Alter gerade Depressionen haben. Denen geht's einfach nicht gut. Deswegen ist das ein Thema, was mich auf jeden Fall auch mitnimmt. Was mich auch prägt, Digga. Und deswegen hab ich mir gedacht, ziehen wir uns mal ein Video dazu rein. Oh shit, Alter. Tosch hat schon wieder 50 Euro da gelassen. Bro, was machst du, ja? Ich küsse dein Herz, Bruder. Herzensmenschen Nummer 1. Hamburg braucht auch Liebe. Hahaha. Ich küsse dein Herz. Voila. Dankeschön. Danke für den Support. Ich weiß gar nicht, was ich noch mehr machen soll, außer Danke sagen, Bro. Aber danke auf jeden Fall. Support ist krass heute, Mann. Ihr seid geil. Es ist auch sehr viel wert. Diese 150 Euro, die du gespendet hast, die sind sehr, sehr viel wert. Für mich auch gerade in der Phase, in der ich mich befinde, aber auch generell. Also bevor ich nach Mexiko gegangen bin, hab ich relativ viel Geld mit YouTube verdient. Und da hab ich auch ein bisschen so den Wert dazu verloren. In Mexiko hab ich den Wert wiedergefunden, für jeden einzelnen Euro, für auch sogar 50 Cent oder so. Weil ich einfach auch gesehen hab, wie Menschen mit wenig klarkommen müssen. Und deswegen, umso mehr ist es mir jetzt gerade wert so. Weißt du, wie ich mein? Ich küsse dein Herz oder euer Herz. Danke für jeden einzelnen Support. Wir gehen rein. Die Kinder der Corona-Krise. Seit dem ersten Tag dieser Krise berichten wir hier bei BILD über die Folgen dieser schlimmen Jahre, vor allem für unsere Kinder. Auch weil die Politik die nicht immer genügend im Blick hatte, die Kinder. Jetzt gibt es eine neue Schockstudie von der Uniklinik Essen. Und die zeigt, wie der Lockdown die Seelen unserer Kinder offenbar kaputt macht. Als die Schulen im Frühjahr 2021 zum zweiten Mal dicht gemacht wurden, dann im Winter, haben allein in Deutschland 500 Kinder und Jugendliche versucht, sich das Leben zu nehmen. dreimal mehr als vor Corona. Das sind harte Zahlen und das ist auch eine Sache, wo man als Volk auch hellhörig werden muss, weil die Kinder, das hat der Carsten Stahl, sagt Carsten Stahl auch immer wieder, das ist die Zukunft. Die Kinder sind unsere Zukunft. Und was soll denn aus unserer Zukunft werden, wenn die Kinder heutzutage gar keinen Bock mehr haben zu leben und sich ihr Leben nehmen wollen? Weißt du, da muss man aufwachen. Genauso wie man am Anfang gesagt hat, dass man solidarisch für die älteren Herrschaften aus der Gesellschaft sein sollte, sollte man auch solidarisch sein für die jungen Leute in unserer Gesellschaft, weil die bilden natürlich die Zukunft. Und wie traurig ist das, dass immer mehr Jugendliche, Heranwachsende sich ihr eigenes Leben nehmen wollen. Gerade in diesem Alter ist doch das Leben schöner als alles andere. Also ich weiß es doch selber, ich kenne es selber von meiner Jugend und das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe. Ich bin hier in Deutschland groß geworden mit einem krassen Freiheitsgefühl. Natürlich hat man auch negative Erlebnisse gehabt, wie Rassismus an den einen oder anderen Stellen oder auch irgendwie, ja keine Ahnung, Rassismus war so das größte Thema bei mir in meiner Kindheit und Jugend, was mich negativ geprägt hat. Aber ansonsten hatte ich immer das Gefühl, dass ich frei bin und dass ich alles erreichen kann. Und dass dieses Gefühl den Jugendlichen und Kids heutzutage weggenommen wird, das kann nicht gut für die Zukunft sein. Das kann nicht gut für die Zukunft des Landes sein und vor allen Dingen auch nicht für die Jugend und die Kinder, bro. Das ist einfach traurig. Wir haben das Herz brechen lassen und wir müssen uns fragen, wie kann das weitergehen? Wie können wir es endlich ändern, dass wir uns alle um unsere Kinder kümmern? Über dieses Thema müssen wir hier sprechen. Bei uns im Studio ist Sebastian Geisler, Bild-Politik-Reporter. Hallo, ich muss wirklich sagen, als ich diese Zahlen gehört habe, da zerbricht etwas das Herz in einem. Dass so viele Kinder leiden, wir haben es so oft gehört in dieser Krise, Psychologen, Fachmenschen haben immer wieder gewarnt vor den Auswirkungen eines Lockdowns. Warum sind diese Warnungen so sehr verhalten? Das ist völlig richtig. Es haben ja auch Eltern selber gewarnt und gesagt, so kann es nicht weitergehen. Die Politik hat immer gesagt, Kinder stehen an erster Stelle. Tatsächlich war das aber ja nicht so. Wir wissen, wir haben bis heute zum Beispiel nicht ausreichend Luftfilter in den Schulen, so etwas, das hat man politisch leider versäumt. Es wäre jetzt sehr wichtig, dass man davon runterkommt. Die Ampel sagt ja, sie will auch nicht wieder flächendeckende Schulschließungen machen. Wir können nur hoffen, dass es dazu auch nicht erneut kommt. Wir müssen sagen, dieser Lockdown, diese Schulschließungen haben offensichtlich unsere Kinder krank gemacht. Das ist ganz dramatisch, was wir hier jetzt schwarz auf weiß in so einer Studie sehen. Provokante Frage, was ist gefährlicher jetzt? Ein neuer Omikron-Lockdown oder Schulschließung? Zu welchem Ergebnis kommt ihr? Also wenn man diese Zahlen so sieht, dann müssen wir ganz klar erkennen, dann war für die Gesundheit der Kinder tatsächlich die Schulschließung schlimmer. Denn der beste Gesundheitsschutz für Kinder ist eigentlich zu spielen, mit Freunden draußen an der Luft zu sein, sich zu bewegen. Dieses alles, das fiel ja vielfach weg, auch in den Sportvereinen, das fiel in der Schule weg, wo man ja Freunde trifft, kennenlernen, Freundschaften überhaupt schließt. Man kann Freundschaften nicht nur per Zoom oder per Smartphone führen. Bei Kindern passiert ja sehr viel in der Entwicklung. Das passiert vielfach in der Schule, das passiert auch außerhalb des Eltern. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, es war ja sowieso schon so, jetzt mal unabhängig von Lockdown und Pandemie etc., dass durch diese technische Entwicklung, die wir haben, Kinder immer weniger auch draußen gespielt haben. Ich kenne es aus meiner Jugend, da waren wir noch mehr draußen als alles andere, weil wir einfach keine anderen Optionen hatten. Und wenn man zu Hause war, hat man auch mal irgendwie was gemalt oder mal so. Ich habe früher zum Beispiel irgendwann angefangen, Zeitungsausschnitte aus der Bravo von Tupac auszuschneiden, die dann irgendwo aufzukleben und dann irgendwie noch selber was dazu zu schreiben. Kreativität, weißt du, wie ich meine, noch das Leben gelebt. Und durch Social Media und durch die technische Entwicklung ist es ja immer weniger geworden. Und dann nimmst du die Kinder auch noch aus der Schule raus, Bruder. Was sollen die denn noch überhaupt lernen? Also wie sollen die denn überhaupt noch diese gesellschaftliche Entwicklung einfach von einem normalen Menschen mitbekommen, wenn du den ganzen Tag nur zu Hause rumhängst? Und dann sitzen Kinder einfach zu Hause und wissen nichts mit sich anzufangen und denken dann, ich habe keinen Bock mehr zu leben. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn sowas hochkommt, müssten eigentlich sofort alle Maßnahmen, alles weggenommen werden, gerade von den Kindern, dass die wenigstens frei leben können. Weißt du so? Das ist einfach eine Scheißentwicklung, die hier gerade abgeht. Weißt du? Und die wird auch Nachwirkungen haben auf die nächsten Generationen. Weil das sind die Väter von heute, die Mütter von heute. Äh, von morgen. Sorry. Es ist nicht gut, wenn Kinder und Jugendliche festgesetzt sind, einfach zu Hause in ihrem Zimmer. Das entspricht nicht dem, was Kinder brauchen. Ihr habt auch ganz genau unserem Gesundheitsminister einmal auf die Finger geschaut. Immer wieder ging es ja auch um Schulschließungen in dieser Krise. Du hast es auch anfangs angesprochen. Immer wieder kam das Versprechen noch auch von der alten Regierung, die Kinder sind unsere Priorität. Aber immer wieder hat sich auch Karl Lauterbach zu Wort gemeldet, als er auch noch Nicht-Gesundheitsminister war. Und da habt ihr euch als Politik, dieser Politiker soll diese Aussagen mal ganz genau angeschaut, Sebastian. Ja, völlig richtig. Also bei Karl Lauterbach finde ich ja eigentlich sogar gut, dass er sich auch mal stellt und auch seine Irrtümer mitunter mal einräumt. Er hat auch bei Bild vielfach sich schon gestellt und zugegeben, ja, hier habe ich falsch gelegen. Also er hat zum Beispiel mal getwittert am 3. Dezember. Ähm, sagte er also, die Daten zu Omikron zeigen zwei Entwicklungen der Durchbruch bei bereits Infizierten und wahrscheinlich nicht ausreichend Geimpften, erklärt die Explosion der Fälle. Leider war die Hoffnung, verläuft harmloser, wahrscheinlich falsch. Das war seine These. Das ist also eine Negativprognose zu Omikron gewesen und die war einfach verfrüht. Kurz danach hat das Londoner Imperial College nachgewiesen, dass Omikron zu 25 bis 30 Prozent weniger Klinikeinweisungen führt als Delta. Da hat Herr Lauterbach falsch gelegen. Aber es gibt auch noch weitere Beispiele, die du uns mitgebracht hast. Von Karl Lauterbach, das Ganze hat er abgesetzt per Twitter. Da war er noch nicht Gesundheitsminister, aber natürlich schon einer der meistbekannten Gesichter, die wir auch im Fernsehen sehr oft gesehen haben. Ja, da sagte er zum Beispiel, wir müssen davon ausgehen, dass gerade die Omikron-Variante für Kinder besonders bedrohlich ist, hat er am 8. Dezember im ZDF zum Beispiel auch gesagt. Da widersprechen dem Ärzte. Also Dr. Thomas Fischbach zum Beispiel vom Verband der Kinder- und Jugendärzte sagte, es gibt dazu keine belastbaren Daten. So, jetzt hier auch, wollte er hier auf Kontaktbeschränkungen setzen. Sagte er, wir brauchen Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen. Auch das, da ist er sozusagen von der Realität mittlerweile klar widerlegt worden, weil kurze Zeit, nachdem ihr diesen Tweet abgesetzt habt, Es ist aber echt super, dass wir so jemanden als Gesundheitsminister haben, der gar fühle ich. 7. Dezember, da hatten wir den Höchststand bei den Hospitalisierungen. Schön, Hauptsache Angst und Panik auslösen. Das ist das Wichtigste. Lieber erst mal Angst und Panik und danach zurückrudern, als irgendwie vernünftig menschlich mit der Situation umzugehen. Und das habe ich von Anfang an das Gefühl. Dem sinken diese Raten, und zwar ohne, dass es weitere Corona-Einschränkungen gegeben hätten. Das heißt, Herr Lauterbach wurde hier von der Realität widerlegt in dem Punkt. Also einmal Fazit, auch mit Blick auf unseren Gesundheitsminister. Hat die Politik in den vergangenen Monaten alles getan, tatsächlich, wie sie es versprochen hat, um Schulschließungen zu verhindern? Waren Kinder Prio Nummer 1? Behauptet wird das, aber wir müssen wirklich, wenn wir in die Schulen schauen, dann sehen wir immer noch, da sind nicht flächendeckend Luftfilter zum Beispiel installiert. Ich habe mit dem... Fast nirgendwo, ehrlicherweise. Ja, genau. Also ich habe mit dem Grundschulleiter telefoniert darüber, der sagte, es ist also so kompliziert, das zu beantragen. Er könnte es bei sich zum Beispiel nur beantragen für Kellerräume, wo er sagt, in solchen Räumen sollten sowieso kein Unterricht stattfinden. Das ist ja sowieso nicht zumutbar eigentlich. Er meinte, man hat halt offensichtlich darauf gesetzt, dass man keinen Cent zu viel investiert. Und das ist verheerend. Wir sehen, was das für dramatische Folgen für Kinder und Jugendliche hatte. Und das ist inakzeptabel. Und wir können nur hoffen, dass die Ampel ihren Kurs jetzt hält, wenn sie sagt, nicht weiter Schul-Lockdowns. Die Kinder brauchen wirklich etwas anderes. Die brauchen Bewegung, die brauchen Kontakt zu anderen Kindern. Ja, die Schule ist eben so viel mehr als nur Lernstoffpauken, sondern die Schule ist ein Miteinander, ein soziales Lernen, Freunde. Das sind eigentlich die Themen, die besonders wichtig sind für ein glückliches Kinderleben. Danke an unseren Politikreporter Sebastian Geisler und einen ganz klaren Appell an den... Glückliche den Mann. Glückliche den Mann. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass die Bild-Zeitung immer mal wieder auch so kritischen Berichte bringt beziehungsweise halt auch einfach die Dinge so ausspricht, wie sie sind. Das ist in den heutigen Zeiten wichtig. So, das hat jetzt ein, zwei Jahre gedauert, bis die Medien auch mal angefangen haben, so ein bisschen auch in die Richtung zu berichten. Aber nichtsdestotrotz finde ich das gut, Kinder da alleine zu sehen in den Klassen... Also in den Zimmern, diese Bilder, die die vorher eingeblendet haben, also wie die da alleine in ihren Zimmern rumhängen und nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Aber auch in den Schulen, wo die dann da mit Maske einfach sitzen, das ganze Klassenzimmer und so. Das ist was, was auf jeden Fall prägen wird für die Zukunft. Und ich bin gespannt. Ob und wie im Nachhinein die Rechtfertigung für das Ganze noch mal hinterfragt wird. So, ob das überhaupt rechtens war alles, weißt du? Ob das überhaupt auch nötig war alles. Und wer dann zur Rechenschaft gezogen wird oder wer das dann zu verantworten hat. Schauen wir mal. Untertitelung. BR 2018